Hallo liebe Finanzmarktwelt-Community, gestern wurden die US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm-Payrolls veröffentlicht. Der FUGI hat dazu ein wunderbares Video online gestellt, in dem die Zahlen etwas auseinandergenommen wurden und die momentane Hoss an den Börsen ist ja mit normalem Menschenverstand kaum zu erklären. Wir schauen uns aus diesem Grund die Chart-Technik an und vor allem auch die psychologische Seite des Tradings. Fear of Missing Out ist ja gerade ein Thema, also die Angst nach oben hin etwas zu verpassen, da möchte ich ein paar Worte zu sagen. Kurz ein paar Worte zu meiner Person, Mario Sternrücken. Ich bin kurzfristiger Trader, ich bin Day-Trader, habe in Frankfurt einige Jahre mit Dirk Müller, damals war er mein Chef, gehandelt und schreibe aus diesem Grund auch für Dirk Müller auf Cash-Kurs jede Woche Artikel. Und da veröffentliche ich immer Trading-Ideen. Normalerweise sind das so Swing-Trading-Ideen, das heißt mit einer Haltedauer von ein bis drei, vier Wochen. Und als wir den Corona-Crash gesehen haben, da bin ich dazu übergegangen, habe gesagt, Leute, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns um langfristige Positionen kümmern müssen. Da haben wir ein paar Unternehmen angesprochen, die man sich langfristig ins Depot legen könnte. Ein paar Dividenden-Aristokraten habe ich damals angesprochen. Und genau das ist auch so ein bisschen das Thema, wann investiert man langfristig und wann sorgt man vielleicht dafür, dass man sein langfristiges Depot mit vernünftigem Risiko-Money-Management, mit kurzfristigen Positionen, da noch so ein kleines bisschen Pepp reinbringt. Und so sehe ich die Märkte. Wenn wir 25, 30 Prozent mal einen Kurseinbruch gesehen haben, dann ist das zumindest aus statistischer Sicht eine gute Gelegenheit, um langfristige Positionen aufzubauen. Und davon sind wir ja momentan weit weg. Aus diesem Grund ist aktuell meine Devise. Diese langfristige Positionen für mein Rentendepot? Nein, auf keinen Fall. Jetzt ist wieder die Zeit, sich um eher kurzfristige Swing-Trading-Positionen zu kümmern, wo man dann einfach versucht, sich so ein kleines Scheibchen aus dem Markt rauszuschnippeln, um hier die Performance des langfristigen Depots vielleicht noch so ein bisschen aufzupeppen. Fear of Missing Out? Und tja, jetzt steigen die Börsen und laut Statistik, ich blende sie direkt mal mit ein, sind momentan 53 Prozent der Privatanleger bearish eingestimmt und die Zahl ist in der letzten Woche nochmal um ungefähr 9 Prozent gestiegen. 23 Prozent sind bullish, 23 Prozent sind neutral eingestellt. Und die Börse geht in der Regel den Weg des größten Schmerzes. Also da, wo die meisten den größten Schmerz erleiden, den Weg geht die Börse. Und das sind tendenziell die Privatanleger. 23, 53 Prozent sind bearish eingestimmt und die müssen momentan wieder leiden. Denn wer bearish eingestimmt ist, der ist ja nicht investiert. Und da muss man jetzt wirklich einfach vorsichtig sein, dass man nicht der Letzte ist, der die heiße Kartoffel in die Hand nimmt. Also nicht langfristige Positionen momentan aufzubauen. Ich hatte es ja schon gesagt, eher die Swing Trading Position. Und da gilt es halt eben auch darauf, nicht auf den großen Run zu spekulieren, sondern einfach nur gucken, wo könnte der Markt in einer Woche stehen, wo könnte der Markt in zwei Wochen stehen. Und hier halt immer wieder versuchen, die Swings mitzunehmen, regelmäßig am Ball zu bleiben. Das Thema Fear of Missing Out kenne ich aber selber sehr, sehr gut. Denn im Grunde ist ja kurzfristiges Trading oder Day Trading nichts anderes als langfristiges Trading. Also zumindest von meiner Vorgehensweise, der technischen Analyse her, die Märkte bewegen sich im kurzfristigen Bild genauso wie im langfristigen Bild. Nur, dass im kurzfristigen Bild diese ganzen Szenarien einfach mit x-facher Geschwindigkeit durchgelaufen werden. Und da ist es einfach so, wenn wir jetzt diese Abwärtsbewegung sehen und viele denken, ach Mensch, jetzt habe ich sie verpasst. Das habe ich im Day Trading fast jeden Tag passiert mir das. Gerade jetzt Corona-Krise, wo ich nicht mehr alleine im Homeoffice sitze, sondern wo meine zwei kleinen Kinder noch mit rumspringen und die natürlich wenig Verständnis dafür haben, dass der Papa gerade keine Zeit hat. Und deshalb verpasse ich momentan viele, viele schöne Gelegenheiten. Und es ist egal. Denn solange die Börse geöffnet hat, gibt es immer wieder lukrative Trades, wo man sich eine kleine Scheibe aus dem Markt rausschneiden kann. Und jetzt genug der Worte. Ich würde sagen, na, abonnieren Sie den Kanal von Finanzmarktwelt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Liken Sie gerne das Video und abonnieren Sie auch gerne meinen noch kleinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt starten wir aber mit den Charts. Also Kamera aus und Glaskugel an. Ich möchte mit dem DAX starten. Wir sehen hier den DAX Future auf Stundenbasis. Und in der letzten Woche haben wir uns den Chart angeschaut. Und da haben wir uns hier auf diesem Niveau im Bereich 10.500 Punkte befunden. Damals hatten wir, oder damals, ne? Wir hatten vorher hier eine Seitwärtsbewegung und dann einen Ausbruch nach oben. Wann startet ein Trend nach einem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung? Die 11.000-Punkte-Marke war eine wichtige, markante Hürde. Über die ist der Markt erst einmal nach oben rausgesprungen und dann aber wieder zurückgefallen. Das war ein wirklich schlechtes Zeichen. Tja, und das Zeichen war so schlecht, dass wir jetzt erst einmal das Gap wieder geschlossen haben und der Markt noch nicht weiter gefallen ist. Klar, die US-Märkte geifern nach oben. Insgesamt sieht der DAX aber wesentlich schlechter aus als die amerikanischen Indizes. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und jetzt hängen wir wieder an dieser alten Widerstandsmarke, die wir jetzt aber ein bisschen aufgeweicht haben, nachdem wir Überschritten, Unterschritten haben in einem Rutsch durch. Ja, das Niveau im Grunde überhaupt nicht beachtet haben. Trotzdem hängen wir jetzt wieder an dieser Marke und die Bewegung dorthin ist nicht sonderlich dynamisch ausgefallen. Wir hatten aufwärts, abwärts, also recht tiefe Korrektur, jetzt wieder aufwärts. Insgesamt, naja, wirkt das Ganze eher so ein bisschen korrektiv. Das heißt, es besteht weiterhin die Gefahr hier im Bereich 11.000 Punkte, dass wir nach unten abbröckeln. Und dann hätten wir nämlich so diesen Klassiker einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Linke Schulter, Kopf, rechte Schulter. Ich bin kein so großer Freund von dieser Formation. Wird aber aktuell vom Volumen her ganz gut passen, dass wir in der linken Schulter relativ hohes Volumen, dann im Kopf nach oben, klar, alle nochmal bullisch gewesen, hohes Volumen. Und jetzt Aufwärtsbewegung und wir sehen fallendes Handelsvolumen. Das heißt, ja, tendenziell eher bärisch anzusehen. Achtung, hier im Bereich 11.000 Punkte könnte es ja endlich mal abwärts gehen. Aber ja, wo jeder drauf wartet, kommt das selten. Und die US-Märkte müssen mitspielen. Die dürfen sich eben auch nicht sonderlich positiv entwickeln in der nächsten Handelswoche. Da haben wir nicht großartige Termine. Und das ist eher dann ein Zeichen dafür, dass die Märkte sich zumindest mal tendenziell eher seitwärts oder statistisch gesehen eher seitwärts bewegen werden. Und deshalb erwarte ich für den DAX in der kommenden Handelswoche, dass wir eher nicht über die 11.000 Punkte Marke rauslaufen. Wenn sich die Marktteilnehmer doch noch durchsetzen, die Käufer, dann sehe ich maximal 11.300, das letzte Verlaufs hoch. Und hier dann ein Einsetzen der Seitwärtsbewegung. Denn insgesamt, wenn wir gucken, dynamisch nach oben, dynamisch nach oben. Das letzte Verlaufs hoch hat jetzt aber nicht so einen großen Nachklang gefunden. Deswegen gehe ich eher von einer Seitwärtsbewegung aus. 10.200 ist markantes Unterstützungsniveau. Das im Grunde das Tief für die letzte Woche. Hier kann sich der Markt dann schon wieder stabilisieren. Fallen wir unter die 10.000er, da kann es nochmal richtig blutig werden. Da kann es nochmal wirklich schlimm werden für den DAX. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Gucken wir uns den S und P an. Und auch hier in der letzten Woche hatten wir gesagt, Achtung hier im Bereich 2856, 2868. Hatten wir im Grunde auch einen kleinen Verlaufshoch am Widerstand. Das erste Mal abgeprallt, dann den Widerstand überschritten. Wieder unterschritten, war kein bullisches Zeichen. Da habe ich gesagt, hier die Hürde konnte nochmal angelaufen werden. Und hier besteht die Gefahr, dass wir zur Make-or-Break-Unterstützung laufen. Wir sehen, dass wir eine Reaktion gesehen haben nach unten. Die fiel nicht sonderlich stark aus. Aber jetzt mal rein von der praktischen Seite. Denn es kommen ja immer wieder Kommentare, Märkte können steigen oder fallen. Jetzt mal von der praktischen Seite, wie setze ich denn das um? Hier, das war Short-Niveau. Da baue ich eine Short-Position auf und spekuliere darauf, dass wir zumindest hier in Richtung der Make-or-Break-Unterstützung fallen. Wenn wir uns dann von diesem Widerstandsniveau wegbewegen, dann ziehe ich meinen Stop-Loss nach, setze ihn auf Break-Even und werde ausgestoppt. Denn kein Mensch weiß, wie sich der Markt verhält. Deswegen muss man hier die Position betreuen. Und ja, so meine Vorgehensweise. Nächste Hürde, das letzte Verlaufshoch. 2,960, 2,970 bis 2,984 war oder ist immer noch alter Widerstand. Auf diesem Niveau erwarte ich im S&P einen Rücksetzer. Warum das Ganze? Wenn wir uns die Bewegung hier anschauen, der Trend ist noch aufwärts gerichtet, aber hier die Steilheit. Die Käufer lassen etwas nach, sind nicht mehr so dynamisch unterwegs. Von daher gehe ich eher von einer Range-Bildung in den nächsten Wochen aus. 2,970, 3,000 ist nochmal psychologische Hürde und 2,720 Punkte auf der unteren Seite. Und auch hier von der Vorgehensweise kann ich wieder gucken, okay, laufen wir nicht direkt dynamisch durch. Sehen wir vielleicht, wer sich mit Candlesticks auskennt, hier so ein paar Schatten nach oben. Oder sehen wir so ein bisschen dynamische Bewegung, so wie wir das hier gesehen haben, so bam, dass der Markt mal schnell nach unten fällt. Das ist dann ein Zeichen für eine mögliche Short-Position und im Grunde für den Startschuss, dass wir uns in Richtung 2,720 Punkte bewegen werden. Weiß ich, ob es so kommt? Nein, weiß ich nicht. Deswegen, vernünftiges Risikomanagement muss immer an der Börse mit an Bord sein, sonst funktioniert da gar nichts. Wenn wir uns in Richtung oder in die erwartete Richtung bewegen, nicht vergessen, den Stop zumindest auf Break-Even nachzuziehen und dann nach unten Gewinne einzusammeln. Der Gold-Future als nächstes, sagt die US-Arbeitsmarktdaten, die haben wir hier ordentlich in die Suppe gespuckt. In der letzten Woche haben wir uns im Grunde dieses Bild angesehen, da waren wir noch nicht so weit fortgeschritten, da hatten wir hier Anfang Mai, waren wir an der Unterstützung 1680. Und das ist Unterstützungsniveau ist Kaufniveau. Wir befinden uns in einem Aufwärtstrend und da werden Unterstützungen von mir gekauft. Und nach dem Ausbruch, beziehungsweise ich hatte hier diese fallenden Linien eingezeichnet, diese fallenden Widerstände und ich bin kein so großer Freund von fallenden Unterstützungen oder Widerständen, weil die einfach jeder irgendwie anders einzeichnet. Deswegen haben die nicht so markante, sind die nicht so relevant wie diese horizontalen Geschichten. Auf jeden Fall am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag sind wir ausgebrochen aus diesem Dreieck, aus dieser Dreiecksformation, Keilformation und das war ein bullisches Zeichen und ich habe mich schon gefreut. Jetzt geht die Rallye endlich los in Richtung 1800, 1900, aber die US-Arbeitsmarktdaten haben mir den Trade im Grunde versaut und der Goldpreis fällt wieder zurück. Also, was nun? Wie könnte es weitergehen? Schauen wir uns mein aktuelles Chartbild an. Ich habe die fallenden Widerstände aus dem Chart rausgenommen und was sehen wir aktuell? Wir sehen einfach nur, dass sich der Goldpreis weiter seitwärts bewegt. Wir haben ein neues Verlaufshoch gemacht im Bereich 1730. Wenn wir mal gucken, da hatten wir hier auch noch ein kleines Verlaufshoch und insgesamt einfach nur seitwärts. Wenn wir uns das größere Bild hier anschauen, größere Seitwärtsbewegung und da ist jetzt die Problematik, dass wir uns in den letzten Wochen eher im unteren Bereich dieser übergeordneten Seitwärtsbewegung aufhalten. Und das ist ein Zeichen der Schwäche. Das war stark. Rücksetzer, Zeichen der Schwäche. Käufer sind nicht bereit, in den Markt einzusteigen. Jetzt bewegen wir uns seit längerer Zeit im unteren Bereich der Range. Und das spricht eher dafür, dass wir diese Make-or-Break-Unterstützungsmarke verlassen können, um in Richtung 1555 bis 1580 zu fallen. Da ist wieder markante Unterstützung. Da wird das Ganze neu gemischt. Also Achtung, jetzt achten wir auf weitere Schwäche-Signale, die wir hier im Gold sehen. Ausbruch nach unten wäre ein bärisches Zeichen. Jetzt kommen wir zum Ölpreis und da hatten wir im letzten Börseaktuell Chart-Ausblick, hatten wir hier dieses Niveau besprochen. Und das war alter Widerstand, 1720 bis 1840, wurde zur Unterstützung, wurde zum Kaufniveau, nachdem die Hürde genommen wurde, wurde schön mehrfach angelaufen. Das ist dann Niveau, wo ich einsteige, Stop-Loss irgendwo unter dem Unterstützungsniveau. Und dann Bramms, schön die Bewegung nach oben. Ich hatte gesagt, 22 bis 23 ist die nächste Hürde. Dort könnte es zu einer Gegenbewegung kommen. Und wenn wir diese Hürde dann erreichen, wenn ich unten Long einsteige und wir erreichen diese Hürde, dann wenigstens den Stop-Loss auf Break-Even nachziehen. Je nach Positionsgröße, wenn man seine Positionsgröße teilen kann, dann ist das hier der richtige Zeitpunkt, um zumindest einen Teilgewinn mitzunehmen. Nächste Teilgewinn mit Name wäre 2730 bis 2840. Hier haben wir nämlich nochmal einen sehr markanten Widerstand. Und da sehe ich den Ölpreis. Wir sind von 10 dann jetzt auf knapp 27 gelaufen. Hier sehe ich erstmal Ende. Hier sehe ich im ersten Anlauf eine Gegenbewegung. Der Markt hat es aber nicht ganz geschafft, diesen Widerstand anzulaufen. Ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen der Schwäche und ich habe hier im Rücksetzer meine Position komplett aufgelöst. Jetzt sehen wir momentan erstmal ein bisschen Zeitwärtsbewegung. Die Unterstützung 22 bis 23 hält weiterhin, ist für mich aber momentan nach keinem Niveau, um hier noch eine Position aufzubauen. Man könnte höchstens so ein bisschen Ping-Pong vielleicht zwischen 23 und 27 mitnehmen. Ist aber momentan einfach nicht ganz so mein Ansatz. Und einfach Achtung im Bereich 27 bis 30. Ich wurde zuletzt gefragt, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Öl zu kaufen. Zumindest auf Swing Trading Sicht auf die nächsten zwei, ein bis drei Wochen momentan meines Erachtens eher nicht. Hier im Bereich 17, 18. Da wird es aber durchaus dann schon wieder spannend, sollte der Widerstand gebrochen werden. Sollte die Unterstützung natürlich hier gebrochen werden. Noch kurz zum Verständnis. Jetzt bin ich hier unten eingestiegen, als der Widerstand gebrochen wurde. Warum mache ich das jetzt hier nicht? Einfach, weil dieser Widerstand eine recht markante Hürde ist. Und eben, weil wir uns schon so weit nach oben bewegt haben. Denn, ja, die Börse ist keine Einbahnstraße. Zu 80% bewegen wir uns nur seitwärts. Und für mich ist der Öldrops jetzt zumindest erst einmal kurzfristig gelutscht. Kann natürlich anders kommen. Dann bin ich eben nicht dabei. Wenn Ihnen der kleine Ausflug in die charttechnische Welt gefallen hat, dann geben Sie dem Video doch einen Daumen hoch und abonnieren Sie gerne meinen Kanal Mario Steinrücken. Da geht es auch um technisches Trading, um Wissenswertes rund um die Börse. Ich habe den Kanal jetzt, ja, eigentlich gerade erst in der Corona-Krise so richtig gestartet, weil die Märkte für mich im Daytrading fast unberechenbar spekulativ waren. Da habe ich mich ziemlich zurückgehalten und jetzt hat mich das YouTube-Fieber gepackt. Unterstützen Sie mich, unterstützen Sie meinen Kanal. Da macht es nämlich noch wesentlich mehr Spaß, wenn sich auch ein paar Leute das Video angucken.